Musik Vor nunmehr 79 Jahren sorgten amerikanische Soldaten der 69. Infanteriedivision für eine Wende im Weltkrieg. Allerdings lassen dabei 15 Soldaten ihr Leben. Auf dem Vorplatz des Weißenfelser Schlosses wurde in der vergangenen Woche an dieses bedeutende Ereignis erinnert. Auf Einladung von Oberbürgermeister Martin Papke, CDU, nahmen an der Granzniederlegung vor der Gedenktafel der amerikanische Generalkonsul John R. Crosby, Karolin Braunsberger-Reinhold, CDU, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch, CDU, der Standortälteste der Bundeswehr Weißenfels, Generalarzt Dr. Bruno Most, die stellvertretende Landrätin des Burgenlandkreises, Dr. Ariane Körner, sowie der Stadtratsvorsitzende Jörg Freiwald teil. Eingeleitet wurde die Feier durch ein Lied der Bautzener Gruppe Silbermond mit dem Titel »Weiße Fahnen«, welches von Christine Jähnert ergreifend vorgetragen wurde. Im Anschluss zeigte sich auch der Generalkonsul, sichtlich bewegt von dem Song. Über den Feierlichkeiten schwebte allerdings auch die augenblickliche Situation mit Kriegen in der Ukraine und dem Nahen Osten. Die besondere Bedeutung der Situation machte OB Martin Papke auch zum Inhalt seiner Rede im Vorblick auf das 2025 stattfindende 80. Jubiläum. Diesen 80. Jahrestag, der ja nicht nur aus amerikanischer Seite wichtig ist und für die deutsche Seite, es ist auch nochmal historisch kritisch einzuordnen, wie mit den folgenden Monaten dieses Jahres umzugehen ist, auch was die Rote Armee angeht. Sie können verstehen, dass das ein sehr schwerer Konflikt ist, in dem wir uns befinden, auch aktuell diese Dinge historisch gut einzubetten, dass sie auch geschichtlich eingebettet werden, damit sie, und das möchte ich eigentlich heute nochmal mitgeben, ich habe das schon an dem Denkmal der Opfer des Faschismus auch gesagt, der Radiergummi, beziehungsweise die größte Gefahr der Geschichte ist, dass die Zeit die existenzielle Erfahrung des Krieges verwässert, verwischt, rausreibt, verschönert und am Ende ist es nicht mehr da. Und das darf uns nicht passieren. Wir müssen in unserer Zeit diese Erfahrung in irgendeiner Weise transportieren. Der Weißenfelser Sänger Klaus-Dieter Kielian schlug dann mit dem Song Bridge over Trouble Water eine musikalische Brücke zur Kranzniederlegung. Feierlich legten alle Gäste Kränze an der Gedenktafel in Erinnerung an die Ereignisse in Weißenfels nieder. Im Anschluss konnten wir mit dem amerikanischen Generalkonsul ein Interview führen, der noch bewegt unter dem Eindruck der Feier stand. Für mich war das ein sehr bewegender Tag, eine sehr bewegende Veranstaltung. Vor allem die wichtigen Wörter, die der Oberbürgermeister am Anfang gesagt hat, über die Verpflichtung von uns allen, also diese Erinnerungskultur als Teil unseres alltaglichen Lebens zu machen, fand ich ein schönes und ein wichtiges Gedanken von ihm, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist ein Tag, wo wir zur gleichen Zeit fast mit Tränen in die Vergangenheit blicken, müssen aber mit großer Hoffnung in die Zukunft blicken können. Und ich denke, wie ich gesagt in meinem Vortrag habe, rein die Tatsache, dass ich hier als Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Weißenfels im Jahre 2024 stehen darf. Und diese Wörter mit den Gästen mitzuteilen, ist wirklich eine Ehre. Derzeitige Spannungen im Verhältnis USA und Deutschland sieht der Generalkonsul allerdings nicht. Also ich denke, Deutschland und die USA stehen jetzt sehr eng zusammen, so eng wie nie davor. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die Leistungen von Deutschland. Und um ein bisschen darüber zu reden, was ich heute erwähnt habe, also genau in der Situation jetzt in der Ukraine, wo Deutschland und die USA und mehr als 50 Länder zusammenstehen, also inklusive aller 32 NATO-Mitglieder, um die Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen. Weil wir verstehen das nicht nur als Verteidigung der ukrainischen Demokratie, das ist die Verteidigung unserer Demokratien auch. Und deswegen ist es wichtig, dass die USA und Deutschland weiter zusammenstehen und weiter unsere sehr, sehr enge Beziehungen behalten. Wie sieht John Crosby die Machbarkeit des Vorschlages von OB Papke zum Austausch von 15 Schülern aus Weißenfels zum nächstjährigen Jubiläum? Also ich denke, dass es ein wunderbarer, kreativer Vorschlag von dem Oberbürgermeister ist. Ich glaube sehr stark daran, dass der beste Weg für uns, unsere zwei Länder zusammenzubringen, ist durch diese zwischenmenschliche Beziehungen. Und die zu stärken, ist eine wichtige Arbeit für uns im Konsulat und auch für die Leute in den Vereinigten Staaten und in Mitte Deutschlands. Die Vorbereitungen auf das 80-jährige Gedenken der amerikanischen Befreiung im kommenden Jahr haben also bereits begonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017